You are not prepared! Und ich möchte euch an dieser Stelle zeigen, wie ihr aktuell theoretisch schon eines dieser Mounts erhalten könnt. Wenn euch das Video gefällt, gerne ein Like und ein Abo dalassen und damit ohne Umschweife rein ins Video. Wichtig dafür ist, ihr müsst erstmal den Abschnitt Das Bestienlabyrinth im Schlund freigeschaltet haben. Das Ganze erhaltet ihr, indem ihr Ruf bei Venari sammelt. In dem Fall bin ich jetzt zwiespältig und dazu habe ich dann die Quest bekommen, um dieses Gebiet freizuschalten. Ihr bekommt, wenn ihr das geschafft habt, dann auch so einen netten Erfolg. Der heißt richtig Ärger und gibt euch Aufschluss darüber, dass ihr es geschafft habt und ins Bestienlabyrinth eintreten könnt. Was das Bestienlabyrinth ist, ist letzten Endes einfach nur eine weitere Zone, wo ihr Daily Quests bekommen könnt und diese Events. Diese Jagden. Da gibt es vier verschiedene von und über eine dieser Jagd könnt ihr ein Mount erhalten. Ich sage es gleich vorweg, in dem Fall, die Jagd, die jetzt ab ist, gibt nicht das Mount. Im Prinzip unterscheiden sie sich aber nicht so krass voneinander. Das Prinzip ist immer das gleiche. Dementsprechend möchte ich es euch jetzt schon mal erklären. Ich habe diese Jagd schon einmal abgeschlossen und hatte kein Glück. Dementsprechend kann ich euch wirklich aus Gewissheit sagen, es ist nicht schwer. Ja, ich will euch nur das Prinzip erläutern, da gerade eine Jagd ab ist, wie das Ganze funktioniert. Die Jagd, die ihr braucht, findet ihr, oder könnt ihr angucken, unter Erkundung Shadowlands. Und dann gibt es hier unten, wenn ihr ziemlich weit runter scrollt, den Erfolg Jagddruck. Schließt alle vier Jagdarten im Schlund ab. Schemenhunde, Seelenfresser, Todeselementar, geflügelte Seelenfresser. Diese Jagden wechseln sich wöchentlich ab, beziehungsweise pro Woche, pro ID gibt es zwei Jagden. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, sie wechseln immer zum neuen ID-Start, also Mittwoch und am Wochenende, sprich Samstag, sprich Sonntag. Diese Jagdschemenhunde habe ich am Mittwoch gemacht und jetzt, seit dem Wochenende, habe ich eine neue ab. Dementsprechend sollte das so der Wechselzeitraum sein, alle drei bis vier Tage. Und wenn ihr diese Jagdschemenhunde abschließt, habt ihr die Möglichkeit, ihr lattet am Ende einen Boss um, den schlundgebundenen Seelenjäger zu looten. Und mit dem Ding könnt ihr tatsächlich auch im Moor aufmauten. So viel in der Theorie. Schauen wir uns noch einmal kurz an, was diese Jagden überhaupt sind und wie diese funktionieren. Sobald ihr euch im Bestienlabyrinth befindet, ploppt eigentlich auch schon direkt auf, was ihr zu tun habt, beziehungsweise was ihr tun sollt. Ihr seht jetzt hier, seelengebunden bezwingt die unsterbliche Seelenbinderin und den veränderlichen Lebensfresser. Der veränderliche Lebensfresser wurde schon umgepölt, als ich hier ins Gebiet gekommen bin und die unsterbliche Seelenbinderin ist noch aktiv. Laut Web sollte sie hier irgendwo sein, machen uns gleich mal auf die Suche. Wichtig ist nämlich, dass es hier rundherum immer viele Höhlen gibt. Und da sind die Mobs meistens versteckt. De facto ist es aber leider so, dass diese Jagd gerade ziemlich verbuggt ist und nicht abschließbar ist. Im Normalfall habt ihr dann hier einen Mob, den ihr umprügeln müsst und fertig ist die Laube. Dann habt ihr eine Jagd abgeschlossen. Letzten Endes funktionieren diese Dinger genauso wie hier beispielsweise der Zorn des Kerkermeisters. Ihr kriegt eine Aufgabe, füllt die Leiste, prügelt Truppen um und am Ende killt ihr einen bestimmten Mob und ihr habt die Möglichkeit Belohnung zu erhalten. So funktioniert das auch bei den Jagden, ist also ganz einfach teilzunehmen. Und wie gesagt, ihr braucht die Jagd Schemenhunde, um eine Chance auf das Mount zu haben. Und da bekommt ihr am Ende es mit einem Mob zu tun, der in eine Höhle flüchtet. Das ist ein eben solcher Hund. Und wenn ihr den umgeprügelt habt, könnt ihr ihn ganz normal looten wie jeden anderen Mob auch. Und mit ganz viel Glück ist dieses Mount drin. Ich habe das Ding abgeschlossen mit 5 Spielern. Keiner von uns hat das Mount bekommen. Dementsprechend geht mal davon aus, dass die Drop Rate nicht allzu hoch sein wird. Das war es mit diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen, das grundsätzliche Prinzip dieser Jagden erklären und wie ihr eben an das Mount gelangt. Ich wünsche euch ganz viel Glück. Theoretisch sollte diese Jagd mit den Schemenhunden nächste Woche Mittwoch wieder ab sein, wenn ihr dieses Video seht. Also wir haben jetzt gerade den 21. wo ich das Video aufnehme. Zum 23. beginnt wieder eine neue Rotation, dann am Wochenende die neue. Und dann haben wir alle 4 durch und dann müssten theoretisch zum 30. wieder die Schemenhundjagd aktiv sein. So der Plan. Ich wünsche euch, wie gesagt, ganz viel Erfolg damit. Bleibt bitte, bitte gesund. Wünsche euch eine wunderbare Vorweihnachtszeit. Beziehungsweise, wenn ihr das Video seht, eine wunderbare Weihnachtszeit. Ich habe es doch schon vorher aufgenommen. Ihr seht das also ein bisschen später. Dementsprechend genießt die Zeit zwischen den Jahren. Sagen wir es einfach so. So ist es einfacher. Bleibt gesund. Und bis zum nächsten Video. Reingehauen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020